Schöne, dass ihr wieder da seid. Erstens noch mal, was mir eingefallen ist, was ihr auch gesehen habt, die Forstwege. Bitte schaut, dass es frei ist und noch was für die Waldbesitzer, Wegesicherung, Wegesicherung sehr wichtig, weil wenn Spaziergänger sind und da fällt ein Bamm um oder ein Ost-Ober, dann könnt ihr es zur Rechenschaft sagen gehen, wenn es fahrlässig ist, wenn ihr es schon gesehen habt. Also bitte rannt sich weg, es lohnt sich auf jeden Fall. Und das nächste, was auch wieder ist, Müll. Dadurch, dass momentan mehr Leute im Wald unterwegs sind. Ich hab noch keinen gesehen in letzter Zeit, aber es gibt Leute, die schmeißen nur einfach weg. Sei es jetzt Zigarettenbagger oder, nein, Plastikkloschen eh nicht, aber meistens sind es Zigarettenbagger, muss ich sehen. Schmeißt es weg, nehmt es einfach mit. Momentan ist auch im Wald sowieso gefährlich, Brandgefahr. Bitte raucht es nicht im Wald. Das könnt ihr nur im Wald schon unterdrücken. Und das nächste, was ist, in zukünftigen Videos, die ich auch im Punkt habe, sinnvolle ein Altbegleitschaftungssong. Grundsätzlich ist einmal, zum sagen, wenn der Boden unten braun ist, sollte das was tun. Aber ein richtiger schöner Wald ist unten grün. Da können wir auch kleine Fichten aufbuchen und alles drum und dran, je nachdem, was für ein Waldbogen das ist. Und was, wo steht. Und, solltet ihr Hilfe brauchen, könnt ihr mir in die Kommentare schreiben. Die Hilfe ist sicher. Wie gefällt das? Ich mach das gerne. Deswegen mach ich auch die Videos. Und ich hoffe, ich sehe uns beim nächsten Video wieder. Und, da durch Corona immer aktuell ist, gesund bleiben. Bis dann. Ciao.